Oh, was ist das für ein Gefühl? Schon wieder. Zerstöre. Zeit wiederherstellen. Es wird stärker. Rett, halte durch. Aufhören, bitte. Hör mir zu, konzentrier dich. Hör mir zu, konzentrier dich und dann schreien. Okay, ha, ha. Es hat aufgehört. Sollen wir eine Pause machen? Nein, müssen wir nicht. Deine Stimme, sie ist zu mir durchgedrungen. Ein Glück. Jetzt stören wir mal. Hier ist nichts. Ich hätte gedacht, dass hier ein Pikasar sein könnte. Das ist neu. Das gab es nicht in Lars' Inneren. Diese Flüssigkeit riecht sehr streng. Es könnte Säure sein. Du solltest besser jeden Kontakt mit dir vermeiden. Kommt noch die Flüssigkeit? Geh mal weg, Flüssigkeit. Hallo? Okay. Nein! Okay, dann ist nichts mehr hier. WP-Kristall habe ich jetzt eigentlich. Nochmal 15. Geht doch. Was bringt das jetzt mir? Hm, okay. Ich weiß, eine Form, die man ja kaufen kann für das hier. Okay, dann muss ich noch eins hier reintun. Ich bin eigentlich gut. Ja, und das ist bisher alles gut verlaufen. Okay. Schon wieder. Noch so eine Säure-Teig. Ähm, irgendwann Häutchen. Uhu, anscheinend sind wir in einer Sackgasse gelandet. Vielleicht, aber untersucht den Raum lieber nochmal ganz genau, nur um sicher zu gehen. Okay, weiße Heiden denn. Ah, fast hier. Es ist offen. Dort kommen wir weiter. Okay, beeilen wir uns. Okay, ich kriege bald ein Level ab. Wenn ich das gerade so sehe. Irgendwie leuchtet nichts. Okay. Okay. Hm. Hier ist noch mehr Säure. Meinst du, wir sind, äh, etwa im L-L-Land-Bett. Limmer ist man gelandet? Darüber möchte ich gar nicht nachdenken. Du, Drecksteil, stirb. Und 300 Geld. Und wir sterben. Nicht. Nein. Okay. Wir haben zu viel Schaden genommen. Wir brauchen schnell einen Sightpoint. und wir brauchen schnell einen Sightpoint. Ist klar. Ich wollte mich verarschen. Komm mal her. Bisschen abwarten. Säure geht weg. Barton kommt. Und tot. Es kommt noch eine Missgestalt. Okay. Ich bin sowieso gesichert, wenn ich die Safe-Pot erreiche. Aber ich habe wieder so viel Leben verloren. Wahrscheinlich ist ja nichts mehr. Okay, geht es weiter dann. Oh, ich wollte mich verarschen. Komm zu Papa. Okay. Oh, scheiße. Wie viel Leben habe ich? Oh, scheiße. Bring ein Safe-Point. Okay, geschafft. Ich glaube, wir sind hier fast durch. Vielleicht schaffe ich noch, bis ich jetzt sehen. Kann ja sein. Ich muss auch tanzen. Oh, nein. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, nein. So, tot. Kriege ich jetzt ein Safe-Point? Nein. Wir müssen kurz vor dem Kern sein. Die Abwehr wird stärker, oder? Woher erkennt ihr das? Ich erkenne irgendwie nicht, dass es stärker geworden ist an der Abwehr. Ach, komm. Bisschen abballern. Okay, das war's. Ist hier nichts? So muss es sein. Jetzt hab ich wieder volles Leben. Aber hier ist bestimmt irgendwas. Ja, ist auch. Das ist auch Abgrund. Hm. Als wir in Laris in Erinnerung waren, befand sich Bruno direkt hinter diesem Punkt. Wir haben zwar wieder Nero noch blond zu befürchten, aber sei trotzdem vorsichtig. Na klar, losgehen wir. Okay. Das quietschen der Folge von dem Controller. Bion! Ich bin überrascht, dass ein Misserfolg wie du einen Befehl erhalten kann. Aber ich verstehe nicht, wie du es schaffst, ihm zu widerstehen. Wie ich dem Befehl widerstehe, die Welt zu zerstören? Ich muss ein Natur-Talent sein. Für uns Hybriden sind Befehle wie die Luft zum Atmen oder wie Wasser. Unsere Instinkte benötigen Befehle und unser Geist verzerrt sie nach innen. Aber du bist eine Ausnahme. Vielleicht, weil du ein misslungenes Experiment bist? Ich habe echt die Nase voll. Ich werde nie auf irgendwelche bescheuerten Befehle hören. Hm, na schön, wie du willst. Kateros ist bereits hier. In Kürze wird er den Befehl an alle Inseln weiterleiten. Daraufhin werden sie zur Erde zurückkehren und damit ist Koda abgeschlossen. Wenn du unbedingt willst, kannst du bis dahin deinen vergeblichen Kampf vorsitzen. Der Typ geht mir echt mächtig auf die Nerven. Die Zeit drängt los. Wir müssen uns bei... Kurze... Es hat ja einer wieder geklingelt. Ich hoffe nur, dass sie jetzt nicht gestört wird. Das ist der Kern, oder? Wartet.